Da müssen wir aufpassen, dass... Jetzt ist er schon wieder hinter uns. Scheiße, ich brauch Hilfe. Weil mich wird hier nämlich von zwei Leuten behaken. So, dann steigen wir mal, weil wir haben natürlich einen deutlichen Vorteil in der Motorleistung und in der Gefindlichkeit. Also im Kurvenkampf können wir das vergessen im Grunde genommen. Oh, Scheiße. Aber der Nutzer hat nicht wirklich aus. Ist ja eine Stärke, die er da hat. Oh, oh. Der trifft uns gar nicht so gut wie gar nicht. Aber obwohl wir können hier auch nicht wirklich... Wirklich. Okay. Ah. Looping für Looping drehen hier. Aber auch nicht Sinn der Sache, wirklich. Der trifft uns ja mal gar nicht. Was auf Scheiß. Wir können auf jeden Fall gut nach oben ziehen. Und dann ziehen wir jetzt auch nochmal nach oben. Komm. Dreh den Looping, dreh den Looping, dreh den Looping. Scheiße, scheiße, scheiße. Noträume ist. Noträume ist. Boost kann nicht aktiviert werden. Ah, auch zu Ende. Scheiße. Dann ist das, wenn dir ein wendigeres Foto erstmal am Arsch klebt. Dann hast du nicht die Arschkarte gezogen. Haha. Wortspiel. Wenn ich sie am Arsch klebt, hast du die Arschkarte gezogen. Ja, ist so. Ah, Leute, Leute, Leute. Leute, 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 Leute. Was soll der Scheiß? 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 Da, 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 da. So, dann können wir jetzt hier aber die P36 ein bisschen weiter ausbauen. Auf jeden Fall coole Sache. So, dann wollen wir mal. Damit wir die dicke Kanone kriegen. Das ist natürlich erstmal richtig geil. Ja, größere Waffen sind immer gut. Dann wollen wir mal gucken. Ja, gut, okay. Da, gegen die kann man Rock 3, ah, gegen Rock 3 spielen, ey. Ist auch scheiße. Ah, scheiße, das ist richtig scheiße. Ist ja egal, werden wir es schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie haben wir es immer hingekriegt und dann kriegen wir es auch irgendwie hin. War ja sowieso mein Motto, ich kriege alles immer irgendwie hin. Ist die Hauptsache immer alles irgendwie hinkriegen. So, dann wollen wir mal. So. Dann wollen wir mal. langsam. Da wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen so ein Ruckel gefecht. Naja, mal abwarten. Abwarten und Tee trinken ist immer das Beste, was man machen kann. Okay, dann werden wir mal versuchen hier. Na, da haben wir doch was. Da haben wir doch weh. Wir haben einen direkten Feuerkampf immer nicht gewinnt. Scheiße. Ich wollte doch schon abdrehen. Scheiße, das war immer wieder Scheiße. Scheiße, das war immer wieder Scheiße, du. Mann, nein. Das war jetzt wieder blöd, ey. Ist wieder dumm gelaufen. Verbuchen wir mal da runter. Oh, scheiße. Okay. Ja, komm, okay. Machen wir so. Spielen wir nochmal eine Runde mit der Hawk 3. Gefällt mir das Flugzeug? Gefällt mir. Muss man einfach sagen. Gefällt mir. Ist eine schöne Maschine. Dann wollen wir mal gucken. Ich glaube nicht, kommen wir in ein T1 und ein 2er Gefecht und nicht in ein T3 Gefecht. Dafür kommen wir in ein T3 Gefecht. War ja auch irgendwie noch klar. So, Bulldogger haben wir hier. Dann sind wir, ja. Ja, gut. Bei den dicken Dingern sind wir sowieso... Na, geht so einigermaßen. Ah ja, ich bin nochmal gespannt. Die Karte finde ich auch ganz gut. So, dann wollen wir mal. So, let's get ready to rumble, bitches. So, let's get ready to rumble, bitches. Ahhhh, Flugzeug angucken. Flugzeug angucken. Oh, schön abgebild. Nein. Was sollst du nicht machen? So schön geradeaus fliegen. Aber 700 Meter ist auch eine gute Höhe für das Flugzeug. Passt schon. Ich werde jetzt nicht runter gehen und irgendwelche Bodenziele angreifen. Das mache ich jetzt nicht. Da sollen sich die anderen drum kümmern. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist hier... ...diese ein paar Drecksäcke geschnacken. ... ...weil keiner. Ja, echt keiner. Okay, 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 okay. Scheiße, ja, hier. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Warte. Warte. Ah, den schnappen wir uns jetzt. Ey! Den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Ey, Leute, heute habe ich es auch wieder. Leute, Leute, Leute. Heute ist... Was ist los mit mir, ey? Kann doch nicht sein. Shit! Das ist krass. Das war jetzt krass. Okay, P... Scheiße. Da mache ich sogar Minus mit der, wenn ich nicht gewinne. Äh, puh, 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 puh. Ja, wahrscheinlich auch Brand und Standard, äh, also Brand, Panzerbrechen, Brand geladen. Ja, nee, ist klar. Müssen wir Standard laden. Bleibt mir nichts anderes übrig. Anwenden. Bleibt mir ehrlich gesagt nichts anderes übrig. Weil, da mache ich Verlust, das geht nicht. Ich bin jetzt gerade im Sparmodus, da kann ich... Das hat nicht gebrauchen. Und eine erbauliche... Melodie. Schön. Einfach schön. Eine hoffnungsvolle Melodie. So, dann wollen wir mal. Gucken, was hier so abgeht. Äh, scheiße, hier auch gegen die ganzen T3. Obwohl, das geht eigentlich. Ach, das geht eigentlich, ganz klar. Ah, das wird schon irgendwie glatt gehen. Irgendwie geht das schon glatt. Das ist kein Problem. Das geht irgendwie... Irgendwie geht das schon klar, sowas. Dann wollen wir mal gucken. Was können wir jetzt reißen? Obwohl, wenn wir wieder merken mit der Munition, das ist auch ein bisschen scheiße. Aber, naja, muss man durch. Ah, FG. Ja, gut, okay. Das ist mal wieder ein bisschen niedriger, FPS. Ah, Sparmodus, Leute. Sparmodus. Und ich drehe hier... Rollen, obwohl ich das gar nicht will. Flugzeug macht, was ich will. So. Jetzt ist gut. Los. Wollen wir mal gucken. Wo sind die Gegners? Ist ein Bomber? Ja, ist ein Bomber. Sturzwinkel zu groß. Ach, Mann. Die Gegners. Oh. So, den holen wir jetzt. Wenn es nicht so gut kommt, würde. Wenn das nicht so gut kommt. Wenn es nicht so gut kommt, würde. Boah. 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 Boah, Leute. Das ist verdammt schnell, der ist Schnell, der ist So, komm her Oh, Leute Oh, ich... Oh, wie der am Ruckeln ist Scheiße Ja, ich habe sowieso keine Kontrolle bei der FPS Das ist nix, das ist nur Ballast So, dann komm Waffen überhitzt, Feuerrate verringert Du hast einen Verbandeten getroffen Oh, nochmal gut hochgezogen Ah, jetzt erholt sich auf die FPS-Rate langsam Ja, je weniger Flugzeuge in der Nähe sind, desto besser ist das So, dann wollen wir mal gucken Da sind die drei Flugzeuge, da müssen wir hin Dann wollen wir da mal hinfliegen Das war ein bisschen blöd, aber Ein bisschen den Boost verwenden Im Grunde genommen brauchst du jetzt gar nichts machen Ein Grunde genommen mit vier Leuten auf drei drauf, das sollte eigentlich gehen ohne Probleme So, das sollte eigentlich noch So im Rahmen sein, muss man noch so So, ich schnapp mir auf jeden Fall den hier Motor überhitzt, Boost kann nicht aktiviert werden Gut gemacht, wir werden gewinnen Scheiße, scheiße Jawohl Da haben wir mal gewonnen Das ist super Das ist super, das ist toll Ach ja Naja, wegen der FPS konnten wir nicht wirklich viel ausrichten Ehrlich gesagt Aber wen wundert's Naja Zumindestens Aha Das passt doch Das passt einfach Das ist super, das ist gut Aber da haben wir auch noch nicht Ja, das kommt, das kommt langsam So, dann nochmal eine Runde Das kommt langsam Ach ja Weißt du was Ich finde manchmal manche Sachen so Wenn man sich so Ey, ist jetzt wieder so ein Themasprung Aber ich erzähl's jetzt trotzdem Was ich manchmal sehr interessant finde ist Dass wenn man sich so die Nachrichten anguckt Oder generell die Medien Viele Sachen, die halt in den Medien so gehypt werden Wie zum Beispiel der NSA-Skandal Oder auch wenn mal wieder irgendwie Die alljährliche Schweine, Vogel Elefanten, was weiß ich, Grippe Also Tiern... Äh Tiernamen, Einfügen, Grippe So Im Umlauf ist Ähm Das ist immer so ein Monat oder so in den Medien Und danach hört man gar nichts mehr davon Gar nichts mehr Das war bei der Schweinegrippe so Das war ein Monat Anderthalb Monate in den Medien Und größte Seuche ever Und wir werden alle sterben Und ja Und dann nach einem Monat hat man gar nichts mehr gehört So null Gar nichts mehr Bei der NSA war das auch so Obwohl ich mir da so denke Die haben schon zugegeben Dass die Dass die alle Deutschen Äh Äh Bespitzeln Und abhören Nein Dann werden die natürlich nicht unsere Kanzlerin abhören Nein Natürlich nicht Und wen werden sie denn mehr abhören? Also Den Durchschnittsbürger Also mich Jetzt Als Durchschnittsbürger So Also ganz ehrlich Ich bin doch Ich bin doch eigentlich Unwichtig Im internationalen Äh Vergleich So Aber da werden die ja wahrscheinlich So ein Politiker mehr abhören Oder irgendwie so ein Wirtschaftspost oder so Und es fängt schon wieder an zu leggen Wie ich das liebe Du weißt ja Da bist man ja so super effektiv Und man trifft auch so viel Und vor allem Oh Leute Und ja Mir sind sie hier schon am behaken Scheiße Komm her Du kannst ja gar nicht Du kannst gar nicht mehr Leuten folgen Und so Das ist richtig scheiße Komm her Boah Jetzt hole ich mich Wow Ja Ist vorbei Ja Ist vorbei Scheiße Ah Das kann man jetzt aber echt Auf die Auf die Legs schieben Das kannst du echt Auf die Legs schieben Also Das ist nicht meine Schuld Leute Ganz ehrlich Das könnt ihr mir nicht anheften Ich bin zwar nicht der beste Spieler Aber Das könnt ihr mir nicht anheften Oh Ne Das könnt ihr mir nicht anheften Das könnt ihr mir nicht anheften Naja Ähm Ich würde dann auch mal sagen Ich beende damit hier die Session Ich hoffe es hat euch gefallen Trotz der Legs Und ja Schreibt einen Kommentar Bewertet Tut was immer ihr wollt Aber tut es Ähm Ja Und ich sag dann mal Wir sehen uns in der nächsten Session Ciao Ciao Tschüss Und auf Wiedersehen Euer Alex Und ich sage euch an Ich will nicht anheften Ich will nicht anheften Und ich will nicht anheften